BASTIK BASTIK TITK Ich mag die Sätze, dass ich meine Brüder abfackel, weil ich sie an Nudeln mache? 10 20er Ich darf keine lange Runde verlaufen Mal gucken wie viel die Versicherung setzt Habt ihr euch Bock auf Dessert Codex? Perfekt, let's go! Jetzt sind Dessert Codex schon wieder Wenn zwei Leute kein Dessert spielen wollen, dann könnt ihr Dessert das spielen! Was habt ihr mit eurem Codex, Alter? Wollt ihr im Elo? Oh nein, ich muss gleich essen! Nein, mein Minecraft crashed! Oh, ich hab 24 Wo bauen die? Wir haben keinen Speck Nico? Dash friend Owen Das gleiche, gleiche Ich hab sogar Perfekt noch geschafft, Alter! Ich hab nur 3 Mal Hoch, 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 einfach hoch! Ach du, Dessert gleich! Stoppt! Doch, stopp! Der entschwört, der entschwört! Der kommt! Oh Gott! Der kommt! Oh Gott! Was? centralen bitte Ich hab nur 4 Mal Nicht ab, oder? Jetzt gleich zwei, gleich 2 Er leitet Oh Gott! Ey, die sind beide low ich hab übel viel .. Ich hab nur 4 Mal 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 Die ganz einschwert, dann gerade einen Stig Brod's down Ja Die anderen ist wieder da Ihr sollt, dann die echt gut benutzt einen hotkey für nico also schon mal gespielt oder direkt so hart achtung ihr könnt ihr dies zu sein der bogen der bogen ist ja auch Ich versuche es irgendwie zu locken. Jawohl. Schön. Aber ich muss gleich essen. Ich werde nicht noch eine Runde spielen. Das gefällt.